Beim Frühstück noch einmal einen Blick über Huey, bevor wir wieder unser Gepäck in den Bus verstauen. Soll es noch einmal einen Blick auf den Bühnen und den Bühnen und den Bühnen und den Bühnen. Heute fahren wir nach Hoyan. Der Weg führt über den Wolkenpass. Die fährt von Kebnis nach Glauhaus. Nach Göstlich, nach Gera, nach Weibach und in meiner Richtung. Was denken Sie? Jeden Monat ist Weibach. Aber vor meiner Freude kennengelernt habe ich den Fußball. Die fährt von Kebnis nach Gera. 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 Sieben Millionen Tonnen Reiseesportiert. Bis 8 Millionen. Aber nicht nach Deutschland. Die meisten sind hier. Jede Kraft haben hier eine Kreuz. Für Buddha mache ich einen Lotus. So, wir sind schon in der Fischerdorf Langkow angekommen. Ein Rast in der Lagune Longkow. Ein Rast in der Lagune Longkow. Die Fischerdorf Langkow. Von Kielgnern. Die Fischerdorf Langkow. Die Fischerdorf限iert. Ich glaube, es ist nicht ein Rast in der Lagune. Sie haben uns hier mit der Gera. Aber in der Lagune. Das ist eine Warten. Die Fischerdorf Langkow. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Reiseleiter hat ein Austeressen organisiert, eine besondere Delikatesse, für den der es mag. Die Brücke ist eine Fernstraße, die durch den 2005 eröffnet wurde. Der geöffneten Hai-Wan-Tunnel führt, Bahnstrecke zwischen Hanoi und Hu Chi Minh. Wir nehmen die von den Franzosen 1888 ausgebauten 20 Kilometer langen Weg über die Passhöhe. Wir fahren zum Pass hinauf. Der Reiseleiter hat 50 Verlässer von Verkehrsunfällen, 78% von Motorrädern. Die werden eigentlich geholfen, wenn sie nicht fahren. Wenn man einen Führerschein mag, die kostet für den Führerschein ungefähr 30 Euro, wenn man Euro. Aber die Qualität ist sowieso nicht so gut. Meine Nachbarn haben hier eine Mobeck von China. Hatte die Fahrräder, hatte Film für Fotoabfahrer, hatte Zucker oder Seife, Farbe für Wohnungkalken. Die oben ankommen, die aussteigen, gehen die lieber in der linken Seite, ist besser. Der rechten Seite nur jede Frau und die nicht. Der linken Seite haben die noch Bunker. Hinten sehen sie noch zwei Gebäude, ehemalige der Guyen-Dynastik gebaut. Der Wolkenpass erreicht eine Höhe von 496 Metern und führt über die Ausläufer der Trong-Song-Berge. Er bildet die natürliche Wetterscheide und die Grenze zwischen Nord- und Südvietnam. Hier oben sieht man überall noch die Zeugen des Vietnamkrieges, da der Pass heiß umkämpft wurde. Man sieht Ruinen von französischen und amerikanischen Bunkern. Leider ist die Fernsehsicht nicht besonders. Alles diesig. In der Ferne ist aber das Meer und der Strand zu erkennen. Ich bin ein kleines Berg. Ich bin ein kleines Berg. Ich bin ein kleinesımer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nun geht es wieder bergab in Richtung Da Nang So, auf dem Berg haben wir eine neue Pagode Vor sieben Jahren haben die gebaut Fluss heißt guter Fluss Dann gucken wir mal in Richtung von 14 Uhr Viele Fischernäste Wie man fangen Eine Fischernäste haben wir eine Handwinde Mit einer Seile Man soll die Fischernäste unter Wasser lassen Zwei Stunden warten Mit einer Handwinde kann man langsam hochziehen Wenn viele Fische drin sind Und dann bekommt man ein Boot, ein Kopf Hinfahren Und irgendwo in den Fischernästen haben wir ein Loch Kann man den Fisch rausholen So, da ist die Stadt Da Nang Die Stadt Da Nang haben die wunderschön Eine Brücke heißt Drachenbrücke Wir machen Rast In einer der vielen Steinmetz-Werkstätten Aus Marmor werden hier wunderschöne Sachen hergestellt Einige sind allerdings zu groß für das Handgepäck im Flugzeug Wunderschöne In einer der vielen Steinmetz-Werkstätten Stolz In einer der vielen Steinmetz-Werkstätten Wunderschöne Kuss Wunderschöne Ta efter Wunderschöne Kuss Vielen Dank. 10 Kilometer von Dangnang liegen die Marmorberge. Es sind fünf Berge. Sie werden die Berge der fünf Elemente genannt. Sie heißen Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Der hat die Fahrstuhle gebaut, hat die Heiligtum. Hoiang ist eine Küstenstadt am südchinesischen Meer mit etwa 75.000 Einwohnern. Im 16. Jahrhundert war hier der größte Hafen von ganz Südostasien. Händler aus China und Japan schlugen hier ihre Waren um und siedelten sich in der Stadt an. Im 18. Jahrhundert versandete der Fluss und damit der Hafen. In Hoiang blieb die Zeit stehen. In der Neuzeit findet ein regelrecht Touristenansturm statt und belebt die Stadt wieder. Wir erreichen Hoiang. Fahrt auf den Hu Bon. Erst steht eine Fahrt auf den Song Tu Bon auf dem Programm. Der Fluss mündet hier mit seinen zahlreichen Nebenarmen im südchinesischen Meer. Fahrt auf dem Programm. Wir haben die Fahrt auf dem Programm. Wirkommen zu dem Programm. In Hoiang-Kreis. Unser Amen. 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 Nach der Bootsfahrt gibt es wieder ein fantastisches Mittagsmenü. Nun geht es in die Altstadt von Hoi An. Da die Stadt im Wesentlichen vom Krieg verschont blieb, ist die Altstadt sehr gut erhalten. Nirgends gibt es so viele historische Häuser. Die japanische Brücke ist das Wahrzeigen von Hoi An. Die 18 Meter lange Brücke wurde im 17. Jahrhundert erbaut und verbannt die Wohnviertel der chinesischen auf der einen Seite und der japanischen Händlerfamilien auf der anderen Seite. Er läuft lange, dann ist es gut. Wenn er läuft, dann ist es nicht gut. Ich habe es so gelernt. Der japanische Brücke hat fertig gebaut von 1596. Und dann ungefähr 50 Jahre später haben wir eine kleine Tempe gebaut. Nicht gestern, man weiß nicht, wer hat gebaut, die japanischen, japanischen oder vietnamischen Brücke gebaut. Nur eine Frage, warum baut man eine Tempe an der japanischen Brücke? Man hat gesagt, früher, die Restaurante, wo wir gegessen können, einen großen Fluss, was in der Mitte 10 Meter tief, einmal im Monat. Wann ist das? Am 15. Für die Monkalender. Die Leute in Hoi An haben hier ein Wasserungeheuer. Er heißt Herr Gu, C-U. Aber ist sehr lang. Der kommt gleich in Indien. Der baut in Hoi An. Das fand sie in Japan. Wenn die Bewegungen da ausstehen. In Indien drei, vier Jahre ohne Regen, vertrocknet. In Heu An kommt immer Taifun und Hochwasser. Und in Japan? Erstbeben. Dankeschön. Wir besichtigen eines der historischen Häuser. Die Besitzer wohnen noch darin und die Touristen laufen quasi durch die Wohnstube und die anderen privaten Räume der Familie. Eine Vietnamsfamilie hat diese Gebäude vor 200 Jahren gebaut, nachdem wir abgetan lassen und der Familie überhekelen. Die Wohnhäuser, wo wir gegangen haben, haben die gesehen, dass die meisten ist noch ohne Hygiener von früher. Wir heuern fast keine Hauchhause. Die Wohnhäuser in die Stadt, wenn man neu baut, muss man unter 10 Metern. Und Haus in Halbwitz, so was die von demnächst im Hotel, drei Kilometer, da darf man auch Haus bauen. Jetzt bekommen wir die Viererinnen, die möchte gerne ihre Familie, so wie sie das Haus bestellen. So, bitte sind die deutschen Gruppen von Sachsen, Sachsen. Vielen Dank. Vielen Dank. Weiter geht's durch die Altstadt. Ein Hochzeitsporn. Wir besichtigen eine der chinesischen Versammlungshallen. Diese wurden von chinesischen Familien gebaut, damit sie hier ihre Tradition und Religionen weiter pflegen konnten. Die linken Seite für Frauen tot, die rechten Seite für die Männer. Deswegen, an der linken Seite sehen Sie noch einen Löwin. Die rechten Seite sehen Sie noch einen Löwe. Okay, das ist Männertod und dann Frauentod. Warum sagt man einen Löwin? Weil da haben die ja einen Peppi. Okay, unter. Okay, das ist Männertod. In einem Altarraum Wird für den Schutz der Chinesen gebeten, die mit ihren kleinen Booten etwa 40 Tage auf dem Meer unterwegs waren, um die Waren aus China zu holen. Außerdem wird der ertrunkenen Seeleute und der 108 chinesischen Seeleute gedacht, die hier als vermeintliche Piraten versehentlich getötet wurden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Modell der chinesischen Mauer Wir sind in einer Seitenstickerei. Aus feinen Seitenfäden entstehen wahre Kunstwerke. Allerdings durften diese nicht gefilmt werden. Hier braucht man ungefähr 20 Minuten mehr. Das ist eine Handwerkstatt, die wir anarbeiten. Und wie gesagt, früher in Vietnam keinen Strom. Die Vietnameser machen gerne für die Handarbeiten. Typisch für die Vietnam-franche Stücke. Die jungen Leute, die noch jünger waren hier bei der Schule, ungefähr 18 Monate gelernt, nach dem Frühstück werden die gefallen. Was mit diesem Foto werden die gefallen. Und dann zuerst muss man die Koppel machen. Mit Hand zu malen. Und dann müssen die Pfade suchen. Genauso wie in der Foto. Wo ist die weiße Farbe, wo ist die grüne Farbe, wo ist was. Die meisten Spatz von Stock brauchen wir nicht machen. Die machen Leute wieder der. Hier werden die Stoffe gewählt. So geht es per Hand. Dann Musik Mit der Maschine geht es schneller, macht aber viel krass. So werden Seitenrauben gezüchtet. Frauen fressen Maulbeerplätten. Sie verpuppen sich zu Kokons. Das habe ich schon mal gesehen. Tschau! Schall. Mit der Maschine, zum Beispiel, die drei Seiten. Haben Sie gesehen? Drei Stücke zusammen, einen Faden. Die Rohseiden. Da braucht man 15 Stücke, man bekommt einen Faden. Passt mich an. Hier, die Rohseiden. Das heißt, die Tochter. Aus den Kokons werden die Fäden abgehaspelt. Wie gesagt, eine Faden, man bekommt 500. Für 1 Kilo Seite benötigt man ca. 10-11 Kilo Kokons. Wir sind im Aurora Riverside Hotel angekommen. Hier verbleiben wir drei Nächte. Die Rohseiden. Die Rohseiden. Die Rohseiden. Die Rohseiden. Die Rohseiden. Die Rohseiden. Untertitelung des ZDF, 2020 Bei Kong schaut man auf Reisfelder. Das Hotel ist wie eine Parkanlage angelegt. Alles ist gepflegt. Es ist wunderschön. Alles mehr ländlich, abseits vom Großstadtlehrm. Das Hotel ist wie eine Parkanlage angelegt. Das Hotel ist wie eine Parkanlage. Am Morgen sehen wir vom Balkon Seitenreiher auf den Reisfeld. Heute steht eine Fahrradtour auf dem Programm. Von unserer Truppe nehmen 13 Mann daran teil. Alle Räder brachte der Reiseleiter auf seinen Moped mit. Wir fahren durch Reisfelder. Auch hier sind wieder Seidenreier. Plus mit einer Pumpe. Die brauchen ihre Reisfelder nicht mehr Wasser versorgen, weil es gibt eine Gruppe von Genussenschaften. Die Männer. Und dann die Leute, die suchen irgendwo, wenn keiner Wasser gibt, die nehmen Wasser für sie. Aber nur für ein Schicksal. Die müssen aber jede Woche einmal in das Reisfeld gehen. Wenn man sich mal wieder ein Schicksal, dann muss man Temel kaufen und spüren. Geld für ein Schicksal. Die Bauern in Vietnam, die müssen nicht Steuern bezahlen. Kostet noch für die Bauern. Aber muss man Wasser bezahlen, wenn man Ernte bezahlen, wenn man Wasser wie viel muss, dann muss man auch bezahlen. Ein Friedhof. Die Bestattung erfolgt nach bestimmten Ritualen, da man hier an eine Wiederauferstehung und das Leben nach dem Tod glaubt. Eine Mette lang, eine Mette breit, eine Mette tief. Und dann die Tod, die bleiben hier ein Holzsack. Und dann lassen wir ein Unterschied machen. So was hier oben, nur für Sand drinnen. Die Tod, die Tradition, bleibt eine Mette unter die Erde. Das ist nur eine Dekoration. Das ist eine Grabstelle, das war für Gamtan. Diese Gegend heißt Gamtan, okay? Fangmort, das heißt Grabstätte. Die Namen hier. Wenn ihr guckt, ich weiß schon Bescheid, das ist ein Mann oder eine Frau. Warum? In der Mitte, T-H-I, ist ja weiblich. Ohne T-H-I ist es männlich. Aber heute, die meisten, die jungen Leute, machen die nicht mehr so. Aber früher schon, von meiner Musik-Generation, okay? Genau in der Mitte, steht die Stänge. Lasst sie oben, jawohl. Mach mal Garnat. So wachsen Erdnüsse. Die kleinen, wendigen Boote waren im Krieg für die Versorgung der Soldaten mit Lebensmitteln von großer Bedeutung. Wir wagen auch eine Fahrt in den wackeligen Boden. Wir wagen auch eine Fahrt in den wackeligen Boden. Aufname, in der Mitte, aufannaben. König sind ja steu. Das ist ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss. Es geht durch kleine Seitenarme. 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 Am Schilf haften Muscheln und am Boden leben Krabben. Mit einer Schnur fängt die Vietnamesin Krabben. Diese hier wird wieder freigelassen. Aber andere werden auch gegessen. Eine Einlage für die Touristen. Findet große Begeisterung und bringt etwas Trinkgeld ein. So werden die Fisch gefangen. 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 So werden sie hier verraten. So werden die Fisch gefangen. Das ist ja, das ist ja. Weiter geht's mit dem Rad. Es wird zunehmend windiger. Wir sehen Wasserbüffel, die wichtigste Hilfe der Bauern bei der Bewirtschaftung ihrer Felder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Teich mit Seerosen begeistert uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Der nächste Rast in einem landwirtschaftlichen Betrieb. In der Zwischenzeit ist der zweite Teil unserer Truppe mit dem Kuss eingetroffen. Wir gehen durch Späte und bestaunen die vielen Gemüse- und Obstsorten, die hier angebaut werden. Viele kennen wir ja schon von zu Hause, allerdings sind einige völlig unbekannt. Wir gehen durch Späte und bestaunen die ganze Rast in der Zwischenzeit. Wir gehen durch Späte und bestaunen die ganze Rast in der Zwischenzeit. Ein Koch zeigt uns, wie hier die Frühlingsrollen zubereitet werden. Wir gehen durch Späte und bestaunen die ganze Rast in der Zwischenzeit. Morgen können wir ungefähr zwei Kilo Reis kennen. Im Wasser zusammen einweichen, wer es nicht hat. Und dann kann man mit Hand mahlen, mit Maschinen. Und dann kommt noch mal Wasser und die Farbe ist von Kurkuma. Kennen Sie Kurkuma? Okay, gerne Farbe. Die Pläte ist von Friedenswebe. Friedenswebe. Und das ist Spossen. Das ist Erdnuss und Öl. Können Sie sich hier? Ja. Das ist ein Chicken, okay? Und das ist der Kochmeister. Er heißt Mr. Horn. H-O-R-N-G, okay? Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Yes. H-O-R-N-G. Und das ist der Kochmärm. Ja. Maschinen. Verst du erstmal ein Arscher. Ja. Mäß! H-O-N-G, ok? Na dann Marian, ich muss mal essen. Röne, ja. Steffen. Ich hab ein bisschen Blaschen. Verst du mich ja fair. Ja. Verst du noch einen L plane? Verst du mich ja hart. Verst du noch einen L plane? Verst du noch einen L plane? Verst du mich ja fähig ja. Verst du noch einen Lauf. Eine weitere. Oh, 1, 2, 3. Jetzt kommt eine Löffel Reissmehl. Eine Spur ist der Reissmehl. Dann muss man im Rühren. Nur eine Spur. Dann kann man sprossen. Dann kann man ein Spur machen. Dann kann man den Schuh machen. Dann kann man das ein Spur machen. Dann kann man das ein Spur machen. In vier Jahren machen das so lange. Lauf dann ja. Dann werden wieder ein Spur machen. Oh Gott, oh! Jetzt sind wir dran. Jeder muss sein Mittag selbst machen. Oh Gott ... Oh Gott, oh Gott! Alles gut gemacht. Natürlich gibt es nach der selbst zubereiteten Vorspeise auch noch ein Hauptmenü. Bei der Heimfahrt hat der Wind noch zugelegt und wir sind froh, dass er meist von hinten bläst. Am Nachmittag sind wir zum Strand gelaufen, der ca. 20 Minuten vom Hotel entfernt liegt. Der Sturm macht das Baden unmöglich. Er bläst uns den Sand in Mund und Augen. Der Sturm macht das Baden unmöglich. Komme auf! Komme auf! An den hohen Palmen Wachsen Kokosnüsse, die bedenklich im Wind schaukeln So gehen wir lieber wieder zurück Wir hätten gern auch mal im chinesischen Meer gebadet Aber es sollte nicht sein Ein Moped als Mögeltransporter Auf dem Heimweg kommen wir an einen schön angelegten Garten vorbei Vermutlich auch ein Hotel Verwirbelung Das war's für heute. Bauern arbeiten auf ihren Reißfeldern. Im Hotelpool kann man auch schön baden. Am nächsten Tag hat der Wind nicht wesentlich nachgelassen. Außerdem hat es abgekühlt, so beschließen wir mit dem Shuttlebus in die Altstadt zu fahren. Viele Läden laden zum Shoppen ein. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 10. 11. 12. Wieder ein Hautfaden Ho Yan ist berühmt durch seine Maßschneiderei. Man kann hier ein Kleid oder Anzug bestellen und er wird morgen schon geliefert. Es gibt nicht nur die vietnamesische Kleidung, sondern auch sehr sehr schöne europäische Modelle. Man kann hier ein Kleidung sein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Wartusche am Straßenrand, typisch vietnamesisch, wir nehmen aber lieber Abstand. Wir gehen über eine hübsche Brücke. Am anderen Ufer ist ein Restaurant am anderen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Blick zum Fluss Blöck 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 Berge im Hintergrund Zum Schluss besuchen wir noch den Fisch- und Gemüsemarkt. Für sie ist es etwas Lieblings- und Gemüsemarkt. In den Flaschen ist Reisschnaps mit Kopras oder Skorpionen. Die Tiere werden lebendig mit dem Schnaps übergossen. In ihren Todeskampf spritzen sie das Gift in den Schnaps. Für Einheimische eine Delikatesse. Schützt vor bösen Geistern und hilft gegen Krankheiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017